Um bei der Textauszeichnung im Faximile nicht alle Markierungen manuell erstellen zu müssen, gibt es die Möglichkeit, Rechteckmarkierungen zu duplizieren. Wenn Sie eine Rechteckmarkierung duplizieren wollen, müssen Sie die Markierung zuerst auswählen. Dann können Sie im Kontextmenü der Bildsicht unter Rechteck duplizieren den Unterpunkt Aktives Rechteck horizontal duplizieren auswählen oder durch Drücken der Taste C horizontal rechts von der aktiven Markierung eine exakte Kopie des ausgewählten Rechtecks erstellen. Durch das Duplizieren von Markierungen ist sichergestellt, dass beispielsweise bei der Wortweisenverknüpfung einer Textseile alle Markierungen die gleiche Höhe aufweisen. Mithilfe der Duplizieren-Funktion lassen sich beispielsweise die Markierungen zur Wortweisenverknüpfung von Text und Bild sehr schnell erstellen. Die Worte einer horizontal ausgerichteten Textseile im Bild lassen sich durch abwechselndes Duplizieren und Anpassen der Rechtecke markieren. Markierungen lassen sich auch in andere Richtungen duplizieren. Hierfür können Sie im Kontextmenü der Bildsicht unter Rechteck duplizieren, die gewünschten Unterpunkte auswählen oder die entsprechenden Tastaturkombinationen drücken. Mit Shift-C lassen sich Markierungen vertikal nach unten duplizieren. Mit Shift-B lassen sie sich horizontal nach links duplizieren. Mit Shift-U lassen sie sich vertikal nach oben duplizieren. Und mit Shift-A lassen sich rotierte Markierungen in Richtung des eingestellten Winkels duplizieren. Mit Shift-U lassen sich auf die Strecke markieren.